und hallo willkommen bei mir zurück auf dem kanal des jämmeren so heute starten wir rein gegen kaiserslautern und ich würde halt noch sagen danke dass ich soviel hier noch das aue projekt angucken weil wir wollen ja weiter hoch mit aue und auch in der champions league spielen und wer noch nicht abonniert hat oder ein like da gelassen hat er kann es gerne machen es würde mich auch sehr freuen es würde auch den kanal sehr helfen und ich investiere auch ziemlich viel mühe drinnen und dann sehen wir uns jetzt gleich mit dem ergebnis von auge gegen kaiserslautern und das gewinnen wir sogar mit 1 zu 0 1 minuten von pascal stenzel was uns auch ziemlich ziemlich gut tut jetzt und dann würde ich sagen dann sehen wir uns gleich noch mal in der nächsten partie und da sind wir auch gegen regensburg gegen den ssv jahren und wie wir auch sehen wir noch auf dritten diesmal mit zwei punkten abstand auf platz 4 aber wir sind halt noch drei punkte hinter dem hsv und das sollten wir auch schnell ändern also würde ich sagen dass wir uns zum endergebnis gegen regensburg sehen und da spielen wir unentschieden ein punkt immerhin nicht verloren let's go und hier sind wir auch am nürnberg wie jetzt angekommen nürnberg auf platz 7 immer unterwegs aber auch noch mit drei punkten abstand und mit zwei punkten abstand auf rostock und dann würde ich sagen starten wir ins spiel rein bis gleich im stadion mit so gut Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Danke. 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 frei durch das war ein guter konter und das macht er dazu darf er sich zurecht feiern lassen oma seriachi der hier wirklich komplett frei durch ist oder auch einfach durch sein tempo alle hinter sich lassen kann mitte nummer 19 oma seriachi jetzt kommt noch mal ein paar salic wieder ab und jetzt kommt mir hat und damit wir haben schlusshilfe gehen das ding mit 32 ganz knapp gegen nürnberg drei punkte sind aber drei punkte und bringt uns einen schritt weiter bis gleich noch mal zum spiel von heidenheim und hier sind wir auch am ende dieses part bei heidenheim heben wir uns für den nächsten part auf wie es auch sein soll und wir gucken einfach gemeinsam noch mal auf die tabelle immer noch drei punkte hinter hamburg aber hamburg auch mit neun punkten hinter hannover wir sind am 26 spieltag wir können uns absetzen ein bisschen von bochum und rostock und dann würde ich auch sagen dass es ein sehr sehr dramatisches finale wahrscheinlich hier noch geben wird so knapp wie das gerade noch wird mit hamburg anhofer und mit uns man darf aber natürlich bochum und rostock nicht vergessen die auch noch ziemlich viel punkten können besonders bei besonders bei rostock jetzt noch weil bochum gespielt hat schon ja dann würde ich einfach sagen dass wir um den aufstieg mit kämpfen traum von liga 1 ist drinnen es wird alles sehr 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 spannend und dann würde ich auch sagen glück auf aue bis zum nächsten part euer gamer bis zum nächsten part bis zum nächsten bis zum nächsten